Klipp da, Digger! Klipp da, Digger! Ha! Hä? Oh! Drop it! Gino Back meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Heute machen wir Top 5 Plays. Ich wollte zwar Top 10 Plays aufnehmen, aber ihr habt so geisteskranke Clips eingesendet. Ich konnte so, keine Ahnung, 5-1-Nosk-Ender oder was auch immer, einfach nicht auf Platz 6 machen. Das geht nicht. Das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Also, Top 5 Plays und ich werde 3 Videos daraus machen. Ich habe 16 Clips von euch bekommen. Diese 16 Clips werde ich auch alle verwerten. Aber wenn ihr in dieser Folge nicht dabei seid, dann wundert euch nicht, weil, Digger, was ist das für ein Clips-Standard? Das hätte ich nicht. Und ich bin nicht so schlecht. Also, viel Spaß mit diesem Video. Das wird eine Bomben-Bomben-Bomben-Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, falls du neu am Start bist. Und ja, viel Spaß mit den Reactions und diesen Bängern. Ich küsse euer Herz für diese ganzen Einsendungen. Gerne mir neue Sachen direkt bei Twitter, Instagram, was auch immer, reinsenden. Weil ich glaube, das Format behalten wir auf jeden Fall bei, weil das, was ihr reinschickt, ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich geisteskrank heftig. So, dann legen wir mal los. Kommen wir schon zum fünften Platz. Geisteskranker-Clip an dem Spot. Und Nummer 5, Sky. Ein saftiger Quad, Digga. Quad! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee. Oh mein Gott! Süß! Nee. Oh mein Gott! Nee, hast du nicht, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schihaustober, Digga! Oh mein Gott! Nee. Digga, was lacht der von uns rein, der Schisser? Oh mein Gott! Platz Nummer 4 geht an Nix los. Auch ein Quad. Ich habe euch doch gesagt, die Folge ist krank. Ist krank. Platz Nummer 3 geht an Elim Surprise mit einem Triple Head in MWR. Platz Nummer 2. Wieder Sky mit einem Triple Head. Digga, der Spot ist insane. Also der Spot ist wirklich krass. Platz Nummer 1. Und da, wo er auch hingehört. Weil in IW siehst du nicht oft Quads. Aira mit Platinumero Uno. Und ich sage euch, das waren Top 5 Plays, ne? Top 5 Plays. Und ihr habt 16 Clips geschickt. Und guckt euch mal die Top 5 an. Also ja, ich bitte euch, was habt ihr mit dieser Folge gemacht? Uff! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.